Hi liebe Sonnenbeter, ich bin Elisa von Beeching Spectre. Ich befinde mich gerade am Playa del Rio im Ort Santa Olaria. Das ist ein ruhigerer Startstrand. Hier gibt es auch ein paar Restaurants, wo ihr auch Livemusik hören könnt. Hier gibt es auch einen Wassersportanbieter, der viele verschiedene Möglichkeiten um euch abzulenken bietet. Ihr könnt zum Beispiel Wakeboard, Bananaboot und auch wunderschöne Ausflüge mit dem Jetsea zur Insel Tagomago machen. Also lasst euch überraschend und kommt vorbei!